I'm getting YouTube money, I'm getting YouTube money Dabbing on the way to the bank, like it's running through, so much YouTube money Es ist schon wieder Donnerstag, hier ist der Flashback YouTube News mit Mr. Trashback Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt Das war das Intro und jetzt kommt What's Up Willkommen zu What's Up Neuer Entwurf zum Thema Ray William Johnson und Maker Studios sind aufgetaucht Ray William Johnson soll angeblich einen Vertrag mit Maker Studios gehabt haben Bei dem er keinen Cent an Maker abgeben musste Die sind Vertrags-Maker eingegangen, weil sie einfach Ray William Johnson, den größten YouTuber der Welt, bei sich haben wollten Das hat folgenden Vorteil für Maker Man sieht einfach, Ray William Johnson ist in dem Netzwerk drin Und wenn der größte YouTuber der Welt in einem Netzwerk ist, dann wollen da viele andere auch rein Es erleichtert Maker also wesentlich die Arbeit Bis zuletzt hat ein Team von 12 Leuten an der Show von Ray gearbeitet In einer früheren Ausgabe von What's Up habe ich ja schon davon berichtet, dass Ray jetzt auch steigen über Maker Laut Social Blade ist er allerdings noch immer am System drin, wie schnell er da jetzt rauskommt Ist also noch immer nicht bekannt Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung Sammy Slimani aka HairTutorial ist einer der umstrittensten deutschen YouTuber Und ihm wird die Geldgeilheit erfunden zu haben, in deutschsprachigen Raum vorgeworfen Was ich nicht unterschreiben will Letztens wurde ihm ein unglaubliches Angebot angeboten, bei dem er 45.000 Euro verdient hätte Allerdings hat er dieses abgelehnt Nicht wirklich verwunderlich, dass sich um das Produkt, welches er vorstellen sollte Um eine Partydroge gehandelt hätte Sammy hat einen Facebook-Post für diesen Thema veröffentlicht Und er schrieb, dass er solche Unternehmen verachtet und dass man seine Meinung nicht kaufen kann Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare Der Werbespot für die Außenseiter live auf mein Video wird nun auch im Fernsehen gezeigt Das hat sicherlich nicht nur zur Folge, dass die Views auf der Live-Show steigen werden Sondern auch der Bekanntheitsgrad und sicherlich auch die Abonnenten auf YouTube Für die Jungs ist das sicherlich ziemlich cool, dass sie jetzt auch ein bisschen bekannter außerhalb von YouTube werden Was aber noch viel cooler ist, ist der Win der Woche Im Dezember geht ein weiterer YouTube-Premium-Kanal aus Deutschland an den Start Der Kanal nennt sich Hive for Hive und wird von der IDG geleitet Das sind die, die unter anderem den GameStar-Kanal und das GameStar und Friends-Netzwerk leiten Mitweisen unter anderem Fabian Siegelsmund und auch Nino Care Zu sehen gibt es Comedy-Live-Shows und Magazine rund um die digitale Welt und Popkultur Oh, ja, äh, wir sind noch nicht so weit Aber kommt im Dezember wieder, dann gibt's hier nämlich das Wer kennt das nicht? Man hängt den ganzen Tag an der Kaffeemaschine in der Unimensa rum Tut wichtig und will Mädels anquatschen Boah, Ätzen, fick dich weg, Spaß dir Wer hat gefurzt? Die NextUp-Gewinner stehen fest Im deutschsprachigen Raum gewonnen haben MyrosFX Du stehst Dr. Allwissend Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Allwissend Hier beschäftigen wir uns mit wichtigen Fragen des Lebens Bullshit-TV Seht mal her, ich mach jetzt auch schlecht Gesang Wer hätte gedacht, dass Kasten auch noch rappen kann Christoph MC, das ist sensationell Wohnprinz Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, eurem Wohnprinzen Es gibt richtig, richtig tolle Nachrichten Und Alive for Fashion Ach man, was denn los? Ach, kennst du das? Man hat so Sachen, die im Schrank rumhängen und eigentlich zu schade sind zum Wegstun Die Gewinner bekommen übrigens Videoausrüstung im Wert von 4.000 Euro, 3.000 Euro in bar Und einen Workshop von YouTube gespendet im YouTube Creators Lab in London Fuck yeah Glückwunsch an die Gewinner Kommen wir zum Kanal der Woche Und diese Woche ist der Kanal der Woche Wieder ein Kanal der Woche, den ich unglaublich feiere Deswegen viel Spaß mit It's Mad TV Die Statistiken heben mir vor, dass in den letzten Jahren viele Fotografen und Designer ihre Jobs verloren haben Der Grund dafür sind, die möchtigen Facebook-Models Live aus Berlin, ihr Lappens Wir kennen alle diese Lappens und manche von denen gucken bestimmt auch dieses Video Damit wir einen Grund haben, mir einen Daumen hoch zu geben, bin ich mal kurz nett zu den Internetfotzen Ihr Lappens sieht auf Facebook richtig geil aus Aber die Reaktion, wenn ich euch auf der Straße sehe, kann ich mir trotzdem nicht verkneifen Shit Oh fuck, ist die hässlich, Alter Übrigens, ich hab Facebook Folgt mir, wenn ihr Bock habt, Link in der Beschreibung Das war's für WhatsApp von dieser Woche Ich hoffe, es hat euch gefallen Denn ja, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen Und denkt dran, mir auf Facebook zu folgen, weil das wäre voll awesome und so Ähm, ja, wenn ihr hinklickt, seht ihr die letzte WhatsApp-Ausgabe Zusammen mit LeFuckingFloid Und hier seht ihr die, wo Gronk tanzt Also viel Spaß dabei Und das Motto wie jede Woche Schaut euch nicht zu viel Blödsinn an Bis dahin, Peace and out Bis dahin, Peace and out Bis dahin, Peace and out